Hört mich an, erzürnt mich nicht, das werde ich euch alle richten. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico Gameplay. Hier sage ich einfach mal, ich zocke Bonelab mit der Pico 4 und Virtual Desktop, das heißt ich zocke die PC VR-Version. Ich will euch zeigen, wie gut das funktioniert und ich finde alleine hier schon, ich merke keine große Verzögerung. Aber werden wir gleich wahrscheinlich im Spiel vielleicht besser merken, ob es da Verzögerungen gibt oder nicht. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, das heißt ich fange jetzt hier komplett von neu an. Ich will mit euch das Spielerlebnis, so eine Art First Impression Video machen und schauen wir mal, was uns so erwartet. Was wir da so machen können und ich bin echt gespannt, wie gut das jetzt mit Virtual Desktop läuft. So, hier werden wir nach unseren Proportionen gefragt, wie groß wir sind und ich bin ungefähr 1,81 m. Richard Size, Medium, zwischen L und M habe ich eigentlich. Ich lasse mal auf M. Komm mal, guck mal hier. Aber unsere Beine werden nicht getrackt, das kann das Spiel noch nicht. Da sehen wir jetzt eben. Im Spiegel sehen wir eine Würfel. Reifen. Ach, guck mal hier. Ich will den Rand teleportieren. So, wir würfeln. 1. Warte, ich habe... Oh Gott. Ich habe einen Sack über dem Kopf. So, Arme-Bewegungen sind echt cool gemacht. Wow. Okay. Also das kann Bone Labs und Bone Works natürlich mit Physik umgehen. Also in Wirklichkeit würde ich jetzt nicht machen, aber wir ziehen uns den einfach mal an, oder? Ich probiere es mal. Okay, da passiert auch was. Ich will nicht festhalten. Ich habe Angst. Wow. 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 Was habt ihr vor? Hört mich an. Erzürnt mich nicht. Das werde euch alle richten. Aber die hören nicht, ne? Die wollen nicht hören. Guck mal hier. 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 Okay, wir befinden uns im Quotorium. Ja, hier will man nicht sein, ne? Was ist denn Fakul? Meins sieht jetzt nicht wirklich real aus. Ja, so ein bisschen pixelig digital. Aber ich glaube, das soll genau auch so sein. Oh. Geht auf jeden Fall cool aus. Okay. Hold B-Button and select inventory or access to party settings. Da muss ich mal kurz gucken, was B ist. Ah, okay. Das muss ich immer wieder gucken. Ah, guck mal, inventory. Differences, levels. Okay. Wir lassen jetzt einfach mal die Lampe da. 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 Das ist natürlich cool, dass man die immer wieder ranziehen kann, ne? Ja, also hier sind immer welche Tafeln irgendwie. Das habe ich auch gelesen auf irgendeiner VR-Seite. Und da wird so ein bisschen die Story erklärt. Also bin ich jetzt nicht so wirklich scharf drauf. Ich will wirklich mit euch das Spiel einfach nur testen. Und nicht so lange. Es war einfach mal wirklich gucken, wie gut läuft Bone Labs mit Virtual Desktop. Wer weiß für was wir die schon auch brauchen. So bisher muss ich sagen, klar, man hat ab und zu mal ganz kleine Mini-Ruckler, aber das ist auch wirklich minimal. Dazu muss ich sagen, Virtual Desktop ist hier noch nicht wirklich final, ne? Also es ist immer noch in der Beta-Version. Und der Entwickler von Virtual Desktop, der Kyle Godin. Oder ich habe letztens einen Kommentar gelesen, G. Godin. Heißt der, weil er irgendwie Franzose ist. Der entwickelt das immer noch und versucht auch... Versucht da auch das Optimum rauszuholen und keine Fehler zu beseitigen. Und daher... Was ist sie denn hier für ein kleiner Kerl? Komm her. Wir können uns ducken, wir können auch springen. Das ist eine Kamera, ne? Das ist doch klar. Hier haben wir wieder so Tafeln, ne? Leider nicht in Deutsch. Finde ich echt blöd. Also so eine Lokalisierung darf ruhig drin sein. Ja, und so eine Axt muss man, wie man sieht, mit zwei Händen auch wirklich halten. Sonst gibt das auch nichts, ne? Oh, das sieht zwar, das sieht wirklich aus hier. Warte, jetzt versuche ich das mal in die Inventory zu bringen. Habe ich jetzt hier die Axt? Ne. Das muss ich noch lernen, ne? Okay. Ich würde jetzt mal sagen, ich versuche mal zu springen. Und zwar, ich versuche mal zu. Was ist das, was können wir damit machen? Sollen wir hier... Okay. So, wir machen jetzt mal eine Probe. Jetzt habe ich gleich eine Ruckler. Guck mal, so gut funktioniert die Musik also. Hier, as you walk by und blablabla. Okay. Guck mal, das ist ein Gegner. Das Gerät. Guck mal, das sind Schlüssel. Ich weiß nicht, was diese Bälle damit auf sich hat. Das ist ein Viereck. Guck mal, da ist doch so eine... eine Waffe, ne? Ein Schlagprögel. Ein Schlagprögel. Kann man damit machen. Hm. Einfach mal hier. Genau, so eine Keule war das. Ich weiß nicht, was sie haben. Ich weiß nicht, was sie haben. Woah. Aha. Boah, da hat den Kannenbad, ne? Also Gewicht kommt hier sehr gut rüber, muss ich sagen. Ja. Schweig. Für immer. Das war einfach. Boah. Guck mal. Guck mal. Kann man sowas hier kaputt machen? Ja, geht auch ganz gut. Und mit so einem Waffenslot. Ich muss mich hier festhalten und um den hier. So, jetzt machen wir mal schauen. Inventory. Aber... Ich wollte gerade sagen, das muss doch gehen. Und geht auch. Also man kann hier wirklich hinten... Jetzt müsste ich eigentlich... Inventory. Genau, da die Morgenstern, da die Axt. Ja gut. Das ist wieder unsere Kamera. Also wirklich, ich hab nur ganz, ganz selten so einen kleinen Stotter drin. Aber ansonsten... Funktioniert es echt gut, würde ich sagen. Jaaa... Jaaa... Und die Musik hört sogar auf. Das ist gut. Jaaa... 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 Mal schauen... Jaaa... Also so schwerer gegenstellen müssen wir schon so... Aber okay... Ja hier... Darf ich mich jetzt irgendwann machen, ja? Darf ich mich jetzt irgendwann machen, ja? Ja... Wie bei Bonn Works, ne? Jaaa... Jaaa... Beste Griff... Okay, wir werden... ...hier hin müssen... Jaaa... Jaaa... Guck mal... Half-Life lässt grüßen, ne? Jaaa... Na komm... Jaaa... Ah, die kennen wir aber noch die Dinger, ne? Die Spiele sind auch ganz cool... Wie ihr seht... Alles erweitern... Okay... Da hast du so ein paar kleine Ruppler, ne? An hier... An hier hört sich gut an... There you go... Grab Mac vom Belt... Insert Mac into... Aha... Democorn funktioniert gut... There you go... Oh... Komm her... Komm her... So... Du... Du stehst nicht mehr auf... Und du auch nicht mehr... Du... 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 Sehr gut, jetzt haben wir auf jeden Fall was zum Schießen... Auch schon mal nicht schlecht, ne? Du hast ja nie getroffen, ne? Du hast ja nie getroffen... Das ist es, wer auch... Du hast ja... Geh mir access. Go free or share. Na komm! Ist das dann ja auch? Na komm! Oh komm jetzt! Ist aber gut! Oh! Mal den kleinen Viecher. Den kriegst du aber nicht so gut kaputt. So! Ach guck mal! Er ist müde! Ach guck mal! Nachland muss ich noch lernen. Ach guck mal! Komm ich jetzt hier hoch? Na klar! Na komm! Ach! Hallo! Schaufel! Ich weiß ja immer nicht, was die Dinger zum bedeuten haben. Schaufel! Schaufel! Alle bauen immer! Zwei gute Schüsse, ne? Bleib liegen! Mal schauen! Mal schauen! Oh, guck mal hier! Ja! Ha! Da kommt man da doch weg! Mal gucken, ob wir da mit jemanden killen können! Mal schauen! Mal schauen! Mal schauen! Mal schauen! Elektro-Tode Okay, auf der Allpass So, der hat mal ein paar in die Eier gekriegt. Hey, sagt der einfach. Ja, ich bin doch Mitarbeiter. Guck mal, hier ist ein kleiner Arm, aber es ist auch nicht schlecht. So, na komm. Einschlag direkt an. Oh, ein da. Angst. Ich bringe mich fest. Schau mal, meine Hand bringt fest. Oh Gott, ob wir das nochmal repariert kriegen? Ich glaube nicht. Ja, also ganz ehrlich, sowas darf natürlich auch nicht sein. Aber von sowas habe ich gelesen, von so kleineren Bugs im Spiel. Okay. Piranimo! Oh! 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 So, unbedingt. Jawohl. Oh, ja, ist gleich aus. Okay, bin down. Oh, ich bin zu schlecht in dem Game hier. Und go. Guck mal, da bleibt so, wie ich es verlassen habe. Guck mal, die sind auf meiner Seite. Oder doch nicht. Und wieder aus. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich brauche jetzt direkt weg von denen. Das hier war auch direkt beim Auftauchen. Ein bisschen unfair. Ja. Abliegen. Ja? Ja. Oh, guck mal. Wird so schon noch im Kopf. Ich kann die auch schön festhalten und dann in den Kopf schießen, das ist auch gut. Ich kann der Moment nachfen, das ist auch werfen. Oh, holl ich weg weg weg. Nice. Das ist ja weg, schnell weg. Jetzt kommen wir mal mehr von den Viechern an. Ich muss fast sagen, wir versuchen mal da hoch zu gehen. Guck mal das, Munition. Das hier nehmen wir natürlich mit. Scheiße, wir müssen wahrscheinlich auf der anderen Seite. Irgendwie so hoch. Nee. Wir müssen mal ganz auf den Weg gehen. Go, go, go. Ach süß. Geht doch. Meine Pistole ist weg. Okay, keiner hinter mir. Ach, wie sehr ich doch Fahrstühle liebe. In VR. Ja, wenn mein Kanal denkt, er weiß das. So. Oh. Emergency exit. We hope you have the last day. Oh. Oh. Boah, das war aber gerade fies. Oh. Boah, der. Der bewegt sich fies. Also für Motion Sickness anfällige Leute ist da natürlich nix, ne? Wow, Leute, das ist aber heftig. Okay. Also wer hier Motion Sickness hat, der hat echt dann Probleme danach, mindestens danach. Ja, jetzt sind wir auf der nächsten Ebene und ich würde sagen, hier beenden wir auch erstmal unser Video. Sollte eine kleine Einführung sein erstmal in den Virtual Desktop mit der Pico 4 und natürlich auch in Bonelet, dass ihr das auch mal auf meinem Kanal gesehen habt. Also bisher muss ich sagen, läuft ganz gut. Ich habe ein paar Mini-Ruckler, klar, aber die Virtual Desktop Version, wie ich schon eben gesagt, ist noch nicht final und wird noch verbessert. Und dann kann es auch noch ganz verschiedene Sachen liegen an meinem Router, an meinem PC und so weiter und so fort. Das sind natürlich sehr viele Faktoren, die damit einspielen. Aber es ist spielbar, es läuft gut, es sieht gut aus. Natürlich ist es ganz was anderes, wenn wir hier wirklich mit einem Kabel spielen, was bis zur Grafikkarte verbunden ist, ne? Displayport. Dann haben wir natürlich ein ganz anderes Grafikerlebnis als jetzt so über Virtual Desktop. Aber wir sind im VR, wir haben kein Kabel dran, wir können uns bewegen, wie wir wollen. Das ist natürlich auch sehr cool, kabellos zu zocken. Und ja, meiner Meinung nach, das ist auch die Zukunft so zu zocken. Und ja, ich bin gespannt, was sonst noch auf uns zukommt im Bereich VR. Und ja, falls ihr mehr Bonelab-Videos sehen wollt, gerne unten in die Kommentare. Natürlich ist der Zeitfaktor so eine Sache, aber wenn das natürlich gewünscht ist von mehreren Leuten, würde ich natürlich auch Bonelab weiterspielen. Aber ich wollte es hier nochmal zeigen. Ist halt wie Boneworks, genau mit der Physik-Spielerei. Später, viel, viel später kommen dann diese, ja, Körper hinzu, die man hier auswählen kann oder hier auswählen kann, so ein Gerät, wo man verschiedene Körper aussuchen kann. Und das soll aber viel, viel später erst im Spiel erscheinen. Zu spät, habe ich gelesen. Und das ist natürlich auch nicht schön. Sowas hätte viel, viel früher da mit reinkommen können. Na gut, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn ja, Like raushauen, Abo-Button nicht vergessen. Und ja, ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Au!